Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zu mir in den Outside.io Podcast, Folge Nummer 102. Wir sind wieder eure Hosts, Jassi und der Marco. Hallo. Ja, und bevor wir loslegen, ich würde mal ganz gerne von euch wissen, ob ihr auch findet, dass das mit den Mikrofonständern jetzt so aussieht, als ob wir in der Matrix hängen. So ein bisschen, ja, mit den Schläuchen. Ja. Ja, bräuchte nur so einen Helm dazu, wo was drinsteckt. Ja, das nächste Mal dann mit den Kopfhörern und dann schaut es echt so aus. Vielleicht fällt uns ja nochmal eine smartere Konstruktion ein. Aber ja, ja, heutige Podcast-Folge, haben wir uns gedacht, sprechen wir mal ein bisschen darüber, wie wir bei uns in der Box jetzt unser Whiteboard umgestellt haben. Ja, wir haben sie jetzt komplett digitalisiert. Mein Biote Whiteboard als Plattform hatten wir schon zehn Jahre, glaube ich, tatsächlich. Aber die wenigsten haben sich jetzt groß dafür interessiert oder groß gelockt. Ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, dass man sein Training aufschreiben sollte. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass das Whiteboard weg ist und dass ein Fernseher dasteht, der das Biote Whiteboard-Programm immer wieder spiegelt. Genau, und in dem Zuge haben wir jetzt auch angefangen, eigentlich mehr so als Test, aber das Feedback ist bis jetzt von euch sehr gut, dass wir am Samstag immer grob die Workouts für die nächste Woche bekannt geben. Ja. Und Feedback war bis jetzt sehr gut. Also meine, es steht nicht genauer Workout drin, aber so grob, ob Squats drin sind, ob Deadlifts drin sind, ob Laufen drin ist für Schuhe und so weiter. Und es war ein harter Prozess, vor allem für mich, weil ich bin eigentlich gegen so ein Veröffentlichen aus dem Crossfit Grundgedanken her. Aber so das Feedback war bis jetzt echt gut. Also bevor ich dann meine Meinung kundtue, was sagst du dazu? Dass wir es jetzt umgestellt haben, meinst du? Naja, also ich finde, auf der einen Seite finde ich es sehr gut, weil wie du schon sagst, einfach für die Planbarkeit, wenn man so grob weiß, was für Movements reinkommen, dann kann ich halt einfach auch die Sachen einpacken, zum Beispiel lange Socken für die Rope Climbs oder eben Laufschuhe oder, weiß ich nicht, Double-Andersprungseil. Und ich kann mir natürlich meine Zeit ein bisschen besser einteilen, wenn ich jetzt öfter wie nur zweimal die Woche zum Training komme und vielleicht mal in Uli gehe oder vielleicht mal in Gymnastics gehe, dann kann ich das einfach besser planen und stehe nicht jedes Mal da und denke ich mir so, oh ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht an einem anderen Tag besser kommen können oder sowas. Von daher gesehen, ja, das finde ich einen super Teil. Ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen manchmal kritisch mit dem Cherrypicking, dass man einfach ja dann geneigt natürlich ist, sich auch mal vielleicht Sachen auszusuchen, die einem lieber liegen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, unsere Leute sind mittlerweile schon so gut dabei, dass die das gar nicht mehr so sehen. Ich glaube auch, dass es für die meisten eher eine Rolle spielt, die vier, fünf, sechs Mal die Woche kommen, weil die kommen sowieso und die können halt dann ihren Restday vielleicht so legen, dass es gut passt. Und bei zwei, dreimal die Woche ist es, glaube ich, eher das Problem, dass wenn ich jetzt keine Squats mag, habe ich jetzt die Möglichkeit, immer um die Squats rund umzukommen. Also, man muss ja noch dazu sagen, die Idee, dass man das mal umstellt, die kam ja vom GIE. Und wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, entweder die Leute tun ab und zu ein bisschen Cherrypicken oder sie dokumentieren ihr Training, finde ich halt einfach, dass, wenn sie ihr Training bereit sind zu dokumentieren, das ist weitaus wertvollere. Und das hat es ja jetzt gezeigt mit seiner Idee. Es haben so unfassbar viele Leute sich jetzt einfach ein Beyond-the-Whiteboard-Account geholt. Das ist jetzt fast jedes Mitglied. Und alleine das ist halt schon so ein Riesenerfolg. Also, muss ich echt sagen, Hut ab vor seiner Idee, weil das steht auf jeden Fall dann dafür. Und ich glaube, dass, wenn sie es jetzt dokumentieren, fällt ihnen dann vielleicht auch mal auf, ach ja, es ist doch auch gar nicht so schlimm, mal zu kommen, wenn jetzt vielleicht mal was dran steht, was mir gar nicht so taugt oder vermeintlich nicht taugt. Und ich sehe die Fortschritte halt viel schneller, weil ich halt immer sehe, habe ich mehr Gewicht wie letzte Woche, war ich ein Tick schneller und so weiter. Ja, oder ich kann einfach stumpf mal nachgucken, weil jetzt sehe ich halt in den Stunden, wenn die jetzt zum Beispiel stehen, Kniebeugen dran oder sowas, sie sind nicht mehr so verunsehert. Die können einfach ganz schnell nachschauen und sagen so, hey, was habe ich da beim letzten Mal gemacht? Also alle Vorteile, die wir eh schon mal aufgezählt haben im Podcast. Aber jetzt sind sie halt so ein bisschen, ist es halt leicht für sie, das nachzugucken. Und damit können sie einfach effektiver trainieren, ja. Ja, stimmt. Und Cherrypicking fällt mir bis jetzt auch nicht so auf, wobei es natürlich auch, die, die Cherrypicken, werden nicht das Feedback geben, dass sie Cherrypicken und dass es nur die, die wirklich dankbar dafür sind, weil sie ihre Woche drumherum planen, die geben natürlich das Feedback. Das heißt, es ist also ein bisschen verschobene Wahrnehmung wahrscheinlich. Aber ist ja auch logisch. Ich meine, wer merkt das denn schon? Ich bin jetzt auch ein Cherrypicker. Jeder in gewisser Weise, ja. Ich glaube, da ist jetzt auch nichts Schlimmes dabei, weil du kennst ja meine Meinung, ich finde es halt auch cool, wenn die Leute kommen und das machen, worauf sie Bock haben. Ich finde das per se nicht ganz so schlimm, wenn man einfach da vielleicht so ein bisschen, weil du musst ja immer überlegen, für was machst du es? Wenn du einfach sagst, hey, für mich ist es cool, wenn ich jeden Tag, wenn ich komme, irgendwie was in Richtung Gymnastics mache. Oder wir haben ja auch welche dabei, die sagen, hey, Liften steht bei mir an allererster Stelle. Und dann, mein Gott, sollen sie das doch machen. Wenn du viermal die Woche in Uli kommst und da Bock drauf hast, dann macht es doch. Ja, das stimmt. Und ich glaube, mittlerweile sehe ich es auch so, dass jetzt jemand zwei, dreimal die Woche kommt, dann hat er entweder für sich eh einen Schwerpunkt, wie du sagst, der will in Gymnastics besser werden, bessere Ausdauer, mehr Kraft oder was auch immer. Dann hat er jetzt die Möglichkeit, es so zu planen. Oder wenn er sagt, er will eh nur allgemein fit werden, dann wird es ihm egal sein. Dann kommt er sowieso an den Tagen, wo es ihm zeitlich gut passt. Und dann ist es wieder programmunabhängig. Ja, und ich glaube, in erster Linie hat ja der Kunde die Entscheidung darüber zu tragen, worauf jetzt er Bock hat. Also das ist ja, da werden wir einen Teufel tun, das jemandem vorschreiben. Wir können natürlich, ja, Recommendations abgeben. So, hey, das wird dir vielleicht mal ganz gut tun, einfach ein bisschen mehr von dem zu bekommen, was du nicht hast. Damit du vielleicht auch die Sachen machen kannst, worauf du dann richtig Bock hast. Ja, so sanfte Hinweise. Uns ist aufgefallen, du warst in dem letzten Squat-Zyklus kein einziges Mal beim Squatten. Meinst nicht, dass das auch mal was für dich wäre. Andererseits ist es ja auch gut, wenn man kleine Zipperlein hat, weil man was mit der Schulter, mit dem Knie, mit dem Rücken hat. Dann kann man sich so jetzt auch besser einteilen, dass man trotzdem zu seinem Sport kommt und nicht dann jede einzelne Movement skalieren muss, sondern dann wirklich schauen kann, okay, dem Tag ist mehr von den Sachen dran, die um mein Zipperlein rundum besser funktionieren. Ja, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, Beintraining ist ja jetzt nicht unbedingt so das, was bei mir an oberster Priorität steht. Ich mache es zwar gerne, aber ich mache andere Sachen dann doch lieber. Aber ich habe auch festgestellt, so, okay, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen mehr um meine Hüftposition kümmere und ein bisschen mehr einfach, ja, wenn man es jetzt mal stumpf als Beintraining bezeichnen möchte, kann man das dann so tun, bringt mir jetzt auch für meinen Handstand was. Ja, und so ist es halt, vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die vom Handstandtraining sicherlich profitieren würde, wenn jetzt dein Interesse ist, wahnsinnig viel Cleaningjerk hinzubekommen, nur jetzt mal so als grobes Beispiel, ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich die nächste Zeit noch entwickelt. Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ja. Also, war eine gute Idee vom GIE. Voll. Und auch das Engagement jetzt auf Beyond the Whiteboard ist. Ich glaube, dass die Zahl derer, die Beyond the Whiteboard nutzen, jetzt in den letzten drei Monaten echt verdoppelt hat. Ja, und alleine, dass das so eine Community halt auch bildet, weil du siehst halt, ach, der und der hat das und das gemacht oder hat vielleicht mal ein PR gemacht. Und dann kann man sich gegenseitig gratulieren und sich miteinander freuen. Das finde ich natürlich auch nochmal einen richtig coolen Aspekt. Also nicht nur, dass wir Coaches das natürlich auch sehen und verfolgen können. Das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Aber einfach auch so dieses Miteinander. Ja, klar. Und du kannst ja auch sehen, der Vergleich zwischen den einzelnen Gruppen. Es gibt ja viele, die kommen morgens oder mittags, die sehen die abends nicht. Und so hat man jetzt dann den Vergleichswert, wo steht man denn gesamt in der Box und nicht immer nur in seiner Stunde. Ja. Weil die meisten kommen ja schon, sage ich mal, zu relativ fixen Uhrzeiten und sehen immer nur dieselben Leute. Und damit haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, sich mit der gesamten Box zu vergleichen. Ja. Das ist auch toll. Plus natürlich bei Beyond the Whiteboard, dass man einen weltweiten Vergleich hat, wenn man will. Wenn man jetzt denkt, man ist in irgendwas besonders gut, dann braucht man nur bei Beyond the Whiteboard weltweit schauen und merkt, okay, das ist noch Luft nach oben. Aber da sollte man doch nochmal vielleicht einhaken, weil das kann ja oft nicht so ganz motivieren. Lass uns das mal so beschreiben. Ich glaube, wir haben es schon mal einen Podcast gebracht. Viele von den Leuten, die das online stellen, wissen es ja manchmal auch nicht besser und ändern dann die Workouts ab oder wissen einfach, ja, nicht genau, wie sie das loggen müssen. Da gibt es ja einfach so ein paar technische Regeln, die man so einhalten soll. Und das verzerrt natürlich die Statistik brutal. Und dann kann man natürlich schon mal reingucken und sich dann wundern. Also ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel Murph. Ich habe Murph schon gemacht mit Gewichtsweste. Normalerweise macht man ja erst das Laufen, dann die Pull-Ups, dann die Push-Ups, dann die Squats und dann wieder das Laufen. Aber viele Leute teilen das ja zum Beispiel auch auf. Das ist eine Form von Murph, die, würde ich mal sagen, durchaus legit ist, weil das einfach sich so eingebürgert hat. Nichtsdestotrotz ist es ja schon was anderes, wenn ich das mit immer runden mache und aufteile oder in einem Stückchen durchmache. Wenn ich da meine Murph-Zeit anschaue, bin ich eigentlich unter Durchschnitt. Und das ist ein bisschen bitter, weil gut, ich laufe jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber ich glaube, den Rest habe ich dann doch jetzt, sage ich mal, nicht so schlecht gemacht, dass es jetzt so weit unter Durchschnitt sein sollte, dann meine Zeit. Und wenn man sich dann so anschaut und das nicht im Hinterkopf behält, dann glaube ich, kann das manchmal so ein bisschen demotivieren. Das stimmt, aber ich glaube, dass trotzdem die Mehrzahl der User, die auf dem Whiteboard lockt, es vernünftig macht. Und diese Ausreißer, die drin sind, die erkennt man dann schon. Und wenn man in einem Workout, ein völlig unbekannter Name, der zweimal die Woche trainiert, plötzlich weltweit erster ist, dann ist die Chance schon sehr groß, dass da irgendein Fehler drauf ist, wo man beim Loggen was falsch gemacht hat. Ja, nur dass man so am Rande, ich glaube, wichtig zu sich merken. Ja. Ja, für die Fortschritte ist es mit Sicherheit auch gut, regelmäßig die Sachen loggen, einfach weil man mehr dranbleibt. Und ich glaube, es bringt auch für die Motivation was, wenn man dann sieht, okay, ich habe jetzt innerhalb von vier Wochen bei meinem Backsquat, nicht unbedingt, dass ich stärker geworden bin, aber vielleicht mache ich einfach nur drei Wiederholungen mehr mit demselben Gewicht wie früher. Und damit hat sich schon was getan. Oder dass ich einfach merke, ich sehe auch die Konstanz. Gar nicht so sehr, dass ich sehe, was habe ich an einzelnen Gewichten und Zeiten gemacht, sondern ich kann ganz genau sehen, ich war die letzten sechs Wochen, Montag, Mittwoch, Freitag beim Training. Ich wollte gerade sagen, das finde ich viel wichtiger. Ich habe diese Konstanz gehalten oder war mir eine schlechte Woche, da war ich nur einmal, dass man auch darüber einen Überblick hat und dass man nicht so dann irgendwann denkt, ja, warum sind meine Fortschritte nicht so groß? Klar kann man es in Eversports aufsehen, aber da ist es schwieriger, da nachzuschauen, also in einem Trainingslogbuch, wo man genau sieht, wann man was gemacht hat und auch sieht, wie regelmäßig man was gemacht hat. Ich glaube auch, dass jeder irgendwann mal in seiner Trainingskarriere sein Training mal locken sollte, einfach auch für die Ernsthaftigkeit, dass man mal sagt, hey, ich nehme jetzt einfach die Zeit, das gehört jetzt dazu, ich schreibe das auf. Das ist wie, wenn ich ein M-Rap mache zum ersten Mal und dann die Runden nicht zähle. Das mag für einen Anfänger am Anfang noch in Ordnung sein, seine Runden nicht zu zählen, aber ich finde, irgendwann später gehört das dazu, sich einfach, also nicht, weil es wichtig ist, sondern einfach, dass man es mal gemacht hat, also nicht wichtig per se, wie viele Wiederholungen man jetzt gemacht hat, einfach nur mal zu sagen so, okay, ich denke jetzt mal nach, während ich das mache. Ich finde, das bringt einfach nochmal so eine... Ja, dass ein Kopf dabei ist und ich glaube, das, was du sagst, ist ein großer Punkt, dass es die Wertschätzung dem eigenen Training gegenüber ist, auch aufzuschreiben, noch mit deutlich erhöht, weil die Leute nehmen Geld in die Hand, dass sie hier trainieren können, nehmen die Anreise, Abreise, wenn man es so nimmt, in Kauf. Also sie investieren viel Zeit und dann, wenn man es nicht aufschreibt, verpufft es ja so. Und so ist es aber manifestiert. Ich habe das und das dann gemacht. Und das erhöht die Wertigkeit auch für einen selber. Ja, wenn ich zum Beispiel auf einem Seminar bin oder mir irgendwo ein Personal Training hole oder ähnliches, dann schreibe ich mir das auch auf. Also ich schreibe auch für meine Leute, die im Personal Training ja kommen, den schreibe ich ja auch so ein kleines Zettelchen. Da habe ich nämlich so einen Notizblock von Angelika geschenkt bekommen, so einen Rezeptblock. Da kann ich dann sozusagen Hausaufgaben draufschreiben. Aber selber mache ich das im Training auch. Wenn ich ja irgendwie weiß, so hey, das und das ist zum Beispiel heute beschissen gelaufen und dann habe ich das und das gemacht und danach war es wieder gut. Solche Sachen schreibe ich mir auf. Oder hey, ich habe das und das gemacht, das hat super funktioniert. Weil wenn ich mal wieder an dem Punkt bin, dass wieder, weiß ich nicht, der Handstand zum Beispiel nicht läuft oder irgendwie sowas, dann kann ich nachschauen. So nach dem Motto, ja okay, dieser und dieser Fehler ist mir schon mal passiert. Und dann habe ich das und das gemacht, hat funktioniert. Ja, weil man vergisst sowas. Klingt so blöd, aber man vergisst es echt. Ja, ich schreibe mir auch immer was in den Notizen. Also wenn ich das Workout logge, schreibe ich mir immer was dazu, entweder wie ich mich gefühlt habe, wie ich vielleicht Sätze gebrochen habe, wenn ich auf dem Ausdauergerät gesessen bin, wie die Temper-Einstellung war, welche RPM ich gefahren gerade, wie sonst was bin. Also schreibe ich mir immer dazu, ob ich Nasenatmung gemacht habe oder so, dass ich auch mal weiß, wenn ich dann zwei unterschiedliche Einheiten miteinander vergleiche, oder wenn ich die Einheit nochmal mache, dass ich dann vergleichen kann, okay, ich hatte ein anderes Temper-Setting damals und, und, und. Das heißt, es gibt mir viel mehr Möglichkeiten, auch mein Training besser einzuordnen. Das denke ich auch, ja. Und kann auch genauso reinschreiben, das waren jetzt ja trainingsspezifische Sachen, wenn ich die Nacht davor halt nur drei Stunden geschlafen habe und ein krankes Kind daheim habe, dann kann ich das auch dazu schreiben, dass ich halt nicht 100 Prozent war, wenn man zum Beispiel mal schlechter war als beim Mal davor. Dann ist das ja auch kein Beinbruch. Also wir sind alle keine Hochleistungssportler. Die Kurve geht nicht immer nur nach oben, sondern es ist durchaus auch mal okay, dass es mir nicht nach oben geht, dann kann man halt schauen, an was hat es denn gelegen? Habe weniger geschlafen, war ja auf Geschäftsreise. Was hat es gelegen? Das sollten wir als so ein Ding auf unserem Soundpanel festmachen. Ja. Kann man das auch mal einspielen. In Zukunft. Jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen. Ach so, für die Leute, die sich denken, ja, ich möchte da eigentlich gar nicht so viel dazu schreiben und wenn es irgendjemand sieht und bla, ich möchte das nicht, ist auch überhaupt gar kein Stress, weil ihr könnt nämlich das einfach auch einstellen. Also da kann man sagen, dass der Post, ich glaube nur vielleicht für die Leute, die einem folgen. Ich glaube, es gibt privat, da kann es niemand sehen oder dass es die Box sieht, quasi die Community oder dass es alle sehen. Also man kann da wirklich in den Settings das so machen, dass es auch niemand sieht, wenn es niemand sehen soll. Ja, weil das birgt natürlich auch so ein bisschen Gefahr, wenn man sich da zu viel Stress macht damit. Es gibt einfach so Menschen, die haben das und dann ist es auch durchaus, finde ich, bevor sie dann dieses Tool nicht nutzen, dann ist es ja auch voll und ganz okay, wenn ihr es nur für euch selber nutzt. Ja, klar, aber es ging uns ja darum, dass ihr es einfach aufschreibt, also diese Wertigkeit euch selber und eurem Training gegenüber und ich denke, dass sich mit dem regelmäßigen Aufschreiben mal mehr Erfolge einstellen, weil man a sinnvoller trainieren kann und auch b diese Regelmäßigkeit und vor allem die Wertigkeit seinem eigenen Training gegenüber klarer stellt. Ja, und hast denn du das allererste Mal in deinem Leben dein Training gelockt? Also Beyond the Whiteboard habe ich seit 2009. Okay, cool. Also dann seit 14 Jahren. Ich glaube, dass ich Beyond the Whiteboard seit 2014 habe oder sowas. 14 oder 14? Ja, wenn du 2013 hier angefangen hast, wahrscheinlich kurz danach, ja. Und sonst früher habe ich es halt immer aufgeschrieben, ganz klassischen Zettel, dass wir immer Krafttraining gemacht haben, halt immer Gewichtersätze, Wiederholungszahlen. Hast du dann auch so ganz alte Bücher? Nee, das habe ich nicht mehr. Also was muss man sich eigentlich aufheben? Ja, weil damals war es irgendwie nicht so, da war es ja für mich und nicht so, dass ich das kurz aufheben muss, weil damals stand ja bei mir der Volleyball so im Vorergrund, da war das eher so Accessory und später dann gab es Beyond the Whiteboard schon, wo es dann mit dem Crossfit und dem richtig es ernsthaft machen losging, hatte ich schon Beyond the Whiteboard. Ja. Naja, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie es euch so mit dem Beyond the Whiteboard-Thema so geht und wie es euch taugt. Würde ich mich freuen, wenn ihr uns dann noch Box mal ansprecht oder vielleicht einfach eine Nachricht droppt. Ja, haben wir noch was zu dem Thema? Ja, jetzt nichts Großes mehr. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ja, nächste Woche wieder. Alles klar, Freunde. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.